Du hast ne Freundin, aber ich hab den Sieg. Haha, Loser, let's go, GGs. Ich hab den fettesten Sch*** auf der Welt. So ein fetter Leopard in meiner Hose. Jo Moim, Honeycash-Rabio, hier gibt's wieder was ganz Besonderes. Denn heute gibt es dann wieder eine Folge vom königlichen Turnier, wo wir ja extrem gut dastehen. Heute wieder gegen die besten Clash-Rabio der Welt fighten und unbedingt Richtung Platz 1 der Welt kommen. Wo wir am Ende enden und wie viele Siege wir extrem krass heute holen und wie viele Games wir überhaupt schaffen. Wir haben knapp 4 Stunden gestreamt. Das seht ihr alles heute im Clash-Rabio. Gerne den Kanal kannst du uns abonnieren, wenn ihr keine weiteren Pro-Tipps und Drinks verpassen wollt. Auch sehr, sehr gerne, wenn ihr mich supporten wollt, gerne create a good morning shop-eintrag. Und heute unbedingt live streamer dabei sein. Da werden wir auf jeden Fall wieder Platz 1 der Welt angreifen. Und wir sagen, viel Spaß mit den Highlights. Let's go. Will Zillok, danke für sieben Monate. Kuss. Das ist normal, dass ich bei allen Menschen, die ich so noch mieter bin. Naja. Oh, wir spielen gegen Alina. Ich hoffe, wir werden nicht von Alina gefistet. Gestern, wo wir schon von Sophie irgendwie outplayed, gesniped. Kann man sagen, was Alina spielt? Oh, wenn ich Dark bin, sehe direkt Krise. Ich bin ja noch gar nicht eingespielt. Queen? Okay. Queen? Fireball? Zapp? IG, Skami, Prince, Dark, Prince, Batz. Was ist das für ein 8-Stack? Ich bin ja noch gar nicht. Das Jana ein Mädchen ist, ist eine gute Analyse. Habe ich auch schon überlegt. Kinder so dumm, sage ich nicht so, Bruder. Was geht, Kai? Hätte ich nicht so geil an. Warum lacht ihr? Sag doch einfach Lahn. Bro, wo bin ich hier gelandet? Wo ist eigentlich Hamster? Ja, ich will auch Geld bekommen. Ich kenne den Pain. Ich kenne den Pain arbeiten zu müssen wegen Geld. Jetzt gegen den ist es eine Sie. Hallo? Hallo? Schlechter Feuerball. Ich save ne Trap. Oh mein Gott. Ich bin drauf reingefallen. Wurde gebated. Bezieher doch, sieben Monate, Kuss. Das hat sie mit dem Game. Gegen Katarina Bro. André Lauf, Katarina aus dem langen Kleiner Biss. Rodo, Drogen kommen nicht so gut an, sage ich dir ganz ehrlich. Was spielt er oder sie? Wurde, sieben Monate, Kuss. Ich bin gerade gekommen. Eros, Zapp, Sparky, Giants, Gami, Darkmen, Eros, Bats, Aids. Nee, bockt nicht, Digga. Das bockt irgendwie nicht. Sparky. Irgendwie Sparky Nosegill. Du gewinnst es hier raus. Es ist ein R, Bruder. Es ist ein R. Ihr liebt sie nur. Merke ich immer eins. Wenn selbst Sparky Spieler eine Freundin findet, kriegt ihr auch irgendwann eine. Ein Hit? Ehre. Spielt wie Akame bisher. Hat nicht so Bock gegen Sparky zu spielen. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Hilfe! All good. Hilfe! Aua! Aua! Wird nie wieder Sparky im Cycle, oder? Bro, wie schnell cyclet er? Egal, ist ein guter Damage. Die Buchse holzen wir mal eben. All good. Hallo! Reicht die Q alleine? Aber da ist mal keiner. der dg spiel vorhin gibt es jetzt kamer fuck er bestimmt sammeln und nudeln mich jetzt Oh fuck Hilfe! Okay, nicht so nice Nicht so nice. Ja, ich weiss jetzt das Spiel, Tommy Okay, all good, wir evenen das ab Wo ist der Kollege, der mir sagt, ob wir Elixier hat? Hallo! Kann wir Elixier gucken? Hm 5, 7, danke. Kuss Ist das hier ein Vatican? Ja, ich bin genauso retired wie er Ha! Okay, ich hau halt Dark Princes und Ewis Das ist ganz gut, das ist ein Paltive Elixier Trade Gut 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 Ja, ja, ja. Hm, bock nicht so. Bro, wie schnell zeichelt der denn? Hm, wo ist meine Queen Ability hingegangen? Hast du den Nach dem Kopf? Teh! Schau. Das ist als die Gewrest. Wenn es jetzt los geht, dann geht es nicht so. Sieht einfach raus, du deinen Link in. Wir halten dich mit ihm. Wieso? Ich bin so. Wir werden noch nicht mehr machen. Und dann die Gehen. Was nur mit ihr... Ja! Ich hab den fettesten Sch***** auf der Welt! So ein fetter Leopard in meiner Hose! Let's go! Ehre! Sehr geil! GG's! GG's! Voll GG! Sehr gut! Klasse 3 der Welt! Ey, Gegner! Okay, was spielt der? EG&EQ wäre tatsächlich nicht so nice, dann wäre der Deckpick richtig dumm! Muss pissen! Wie MKQ, MKQ wäre jetzt! X-Bow, man! Ich hoffe, er spielt kein X-Bow. Muss pissen! Boah, Digga! Du pinkst jetzt, wenn ihr pissen müsst! Aber... Boah! Du konntest, EG&EQ, du Schnauze, Digga! Wir haben das Match habe hundertmal gespielt! Ey, du hast hundertmal verloren! Am Ende hast du dich beleidigt! Weil du kacke bist! Okay, mit iPad... Nee, Digga! Die Rocket schiebe ich dir gleich in den Arsch, Digga! Ha! Ist er im Chat eigentlich? Im Stream? Schon im Stream? Welches Matcher wolltest du? Ähm... Ich wollte irgendein Deck, womit ich nicht gesniped werde! Ha! Und ich mag Graveyard! Graveyard ist solid! Die ganzen Decks, die da gespielt werden, sind eigentlich relativ okay gegen Graveyard! Ja, das habe ich ja nicht gedacht, bürgends, äh... bürgends, ja! Der Punkt, der geht mir auch hart auf die Eier! Was will der eigentlich von mir? Hm... Okay, jetzt wird lustig gegen Splash, hier hat Bock nicht so... Hmm... Hm... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020